Als Standardeinstellung wird die Ansicht für das allgemein öffentliche Publikum angezeigt. Wenn man weiter nach unten scrollt, gelangt man zu den weiteren Ansichten, also auch zu der Ansicht für diejenigen, die an der Universität Luzern studieren. Starten wir nun mit einer Recherche. Im einfachen Suchschlitz geben wir den Begriff Körperverletzung ein. Wow! So viele Suchtreffer! Diese Treffer sind Datensätze, in denen irgendwo der Begriff Körperverletzung vorkommt. Dies kann im Titel sein, als Thema bzw. als Schlagwort oder sogar im Text. Diese Suche nennt man auch Stichwortsuche. Wenn wir so viele Treffer haben, wie in unserem Beispiel, dann kann es sinnvoll sein, die Suchergebnisse mittels Filter zu optimieren. Schauen wir uns einige Filteroptionen an. Auf der linken Bildschirmseite, unter Ergebnis optimieren, können wir die verschiedenen Filteroptionen sehen, mit denen wir die Treffer unseren Bedürfnissen anpassen können. So kann man beispielsweise die Treffer sortieren, wie nach Relevanz, Erscheinungsdatum, Titel oder Urheberin, Urheber. Mit dem Filter Region Zentralschweiz und dem Filter Uni PH-Gebäude sehen wir, wie viele Medien zu dem Suchbegriff an unserem hiesigen Standort vorhanden sind. Auch kann man die Suchtreffer dahingehend eingrenzen, dass nur Treffer angezeigt werden, die in einem bestimmten Zeitraum erschienen sind. Weiterhin kann man sich mit der Filterfunktion Publikationsform die Treffer nach Lehrbüchern, Kommentaren oder Hochschulschriften anzeigen lassen. In den Klammern sieht man jeweils, wie viele Treffer es pro Publikationsform gibt. Sobald man einen oder mehrere Filter ausgewählt hat, sind diese aktiv. Welcher Filter aktuell aktiv ist, sieht man oben links. Um einen Filter zurückzusetzen, kann man entweder auf das Kreuzchen neben dem Filter klicken oder auf Filter zurücksetzen. Dann werden jedoch alle aktiven Filter gelöscht. Kommen wir nun zur erweiterten Suche. Hier hat man die Möglichkeit, verschiedene Suchfilter anzuwenden. Suche im beliebigen Feld. Man macht eine Volltextsuche. Titel. Es werden nur nach Medien gesucht, in denen sich der Suchbegriff im Titel befindet. Urheber. Diese Suche eignet sich, wenn man wissen möchte, was die Person alles publiziert hat. Thema. Der Suchbegriff findet sich in den Schlagwörtern. Schlagwörter beschreiben die Medien jeweils inhaltlich. Signatur. Die Bibliotheken stellen ihre Medien thematisch auf. Auf dem Buchrücken befindet sich eine Signatur, nach welcher man ebenfalls thematisch suchen kann. Auf der rechten Seite hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, weitere Spezifikationen festzulegen. Zum Beispiel nach Ressourcentyp, wie Bücher, Zeitschriften, Artikel, nach Sprache, sowie nach Start- und Enddatum, also nach Erscheinungsdatum des Mediums. 1 2 3 6 3 6 7